Ach nö. Ach nö. Lauf! Ich stehe wieder hier. Ähm. Also. Wir haben noch ein paar Schuss hier drunter. Ich folge dir. Oh. Nicht wieder hier. Das ist gar kein Problem. Wir haben eine schwankere Frau hier. Die greifen nicht an. Haben wir nicht an mir. Na toll. Länger geht es nicht gut. Wir sind drin. Es gibt drei Odin Leitstände auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugen Leitstand die Backbordverteidigung. Der Munen Leitstand die Steuerbordverteidigung. Und schließlich der Odin Hauptleitstand für das Schiff selbst. In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt. Das die Tür zum Hugen Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen sie die Lagepläne im Terminal auf. Und suchen sie einen Weg an. Ok so das hatten wir schon mal auf der Windows. Oder auch nicht. Doch wo wir reingekommen sind. Such den Hugen Leitstand. Und deaktiviere die Backbordverteidigung. Hugen Leitstand. Wo soll der sein? Hugen Leitstand. Ähm. Drümm vielleicht. Da kommt auf jeden Fall Besuch. Drümm. Lou. Stopp. Nicht nur auf jeden Fallbord. Hitler. Aufwand kann man ja nicht. Okay, den verdammten Hund, den Neidstandwurf. Was zum Händler meint sie damit? Die Umflicht und was. Das ist ja sehr toll. Okay, wir sind auf der richtigen Fährte. Okay. Komm rein. Das wären wir hier nicht erwartet. Wir könnten uns da jetzt mit dem Python-Gurt durchschwenken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier lang sollen. Scheibenbar schon irgendwie. Hier waren wir doch schon mal. Wir haben uns mal durchgeschwenkt. Ganz am Anfang waren wir hier schon mal. Wir sind so ziemlich die ersten Szenen beim Spielen. Okay. Was, wo kommen wir hier? Kommandant. Kommandant. Ich habe diese Chess-Hundi hier. Kommandant. 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 und der weg gestorben ich glaube das hat nicht hilft oder natürlich nicht aber ein guter versuch war es muss dazu geben der wahrscheinlich nächste versuch die man niemals irgendwo sieht wir haben wir haben Wir sind hier. Wir sind hier. Müssen wir die Zonen sammeln. Die Tür öffnen. Verdammt. Verdammt. Da werde ich mal vorbei. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich bitte. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Die Tür ist verflossen. Die kommen aber auch nicht durch. Wir kommen vielleicht oben lang, diesmal. Und da sind wir hier. Und? Das kann ja nur schief gehen. Soll ich da reinspringen? Ich bin schon unterwegs. Okay. Festhalten. Ich liebe dich, William. Er ist oben drauf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut zur Menge. Gern noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du bist ja aufgefühlst. Darb ist ja hier wieder ein schweres Gerät. Oh nein. Was ist der Typ? Williams, ich nehme mich dem Odin-Haufleidstand. Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerbord-Verteidigung deaktiviert hast. Das ist mein Schuss, mein Schuss. Ein Fussional Comandante. Das ist ein Schuss. Wo bist du, Comandante? Wo versteckst du dich? Du bist hier noch ziemlich alleine. Das ist ein Schuss. Okay. Und wo dort ist er? Soviel kommen wir jetzt hier weiter. So... No time to squeeze you? So... Nach oben. Jetzt runter. Ach, da war der Kommandant. Ach, da war der Kommandant. Die neue Wahrheit. Lied Hans ist Hauptfigur in den Abenteuerbüchern. Ne, ich hab grad echt nicht. Ich musste zum Lesen. Hier muss noch... Okay. Autsch. Die Käfer sind immer sozial. Oh, Scheiße. Ich muss den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vorm Odin Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Ja, ich komme. Ich hab Piratenpännis Roboter von dir. Ach, du Scheiße Roboter. Das war an der Hetzstelle. Oh. Wollte mich verarschen. Das ist eine Armee von Roboter und nur mich. Ich habe einen Ver Family. Jetzt können wir so aklettern. Hier können wir auch klar. Ja, okay. Die Musik ist sehr spannend. Der muss deswegen hin kommen. Der will kommen mal dahin. Der Triebungsdoption. Der Triebungsdoption. Ich blieb es nicht. Die Tür unten läuft nur ein Rumpen. Die Kapps sind hier. Von dort komme ich da lang. Ah, hier ist ein Arm. Ich gucke mal hoch. Ach du heilige Scheiße. Das muss der Odin Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Ich kann mich hier nicht wirklich treffen. Hm. Noch mir ist es noch. Holy shit. Ich bin nicht relativ in Sicherheit. Ich bin nicht relativ in Sicherheit. Ich weiß nicht, was der so aushält. Ich weiß nicht, was der so aushält. Okay, das ist Blut. Okay, das ist Blut. Es gibt auch hier. Und ein Hundi. Und ein Hundi. Der Heilung ist sehr gut hier. Oh, geht das Hundi nicht drauf. Als ob ich die mit der Pistole gegen den an komme. Der kann jemand zu und der verdammt zu. Als ob das hier was wird. Wie viel. Ich ramm mich durch. Und hoch hier. Hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Da. Hm. Puh. Und er ist auf meinen Zohn. Oh, wir sind auf meinen Zohn. da wird es noch 5 Munizoren Munizoren Alter Schwede Heilung Jetzt habe ich nur Pistolenmunitionen habe Ja bitte Geh mal ein bisschen Munition Munition sammeln Okay Da kommt immer mehr nach Ich will hier weg Dann reite ich das hier nicht mehr aus Bei einer Liebe Vor allem wenn mir die Wunde mit sowas geht Alter Übertreib ruhig Alter Das haben sie nie gefrühstückt Zeige ich wieder Not-Pistolen-Munition oder was In der Pistole gegen die Wesen kämpfen Verarschen kann ich mich selbst zu Ich bin der Pistole 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 Das kann ich gegen dich tun. Alter, ihr haltet mal hier erstmal. Kleiner. Kein Scheißer. Da unten. Dann schicken sie als nächstes. Dann haben die ganze Armee ausgerottet. Spüren Sie das, General. Sie sind alt und schwach. Ihr Untergang steht bevor. Boah. Okay, wo jetzt? Wo hin jetzt? Da stehen die Riesen-Robertsau. Da sind die Riesen-Robertsau. Da stehen die Riesen-Robertsau. Und nun? Nö, oder? Das ist der Untergangs-Robertsau. Nein. Spüren Sie das, General? Zu gut. Sie sind alt und schwach. Ihr Untergang steht bevor. Nochmal Gämpfe natürlich mitgemacht. So, rein hier vielleicht. Ja, das kann ich jetzt gebrauchen. Ach, die geht so. Das werden wir wahrscheinlich auf den General noch treffen. Das werden wir wahrscheinlich auf den General noch treffen. Das kann ja lustig werden. Das kann ja lustig werden. Der O-Smerzer. Der O-Smerzer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der O-Smerzer. Wow. Schatz. Ich glaub mir reicht's. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Was ist jetzt mit Frau Engel? Kriegen wir da auch noch eigentlich nicht. Leck mich. Wir haben da ein Schiffschlampe. Mann, oh Mann. Frau Engel redet immer noch Müll. Das war... Ist gast ist jetzt mit dem Müll. Ja, Herr die hoch. Ja, Herr… Wunderbar. Wunderbar. Wir sind gleich zurück mit General Engel und die Käfer. Darf ich hierbleiben? Ich kann dabei einfach nicht mitmachen. Ist in Ordnung. Sie haben alles gegeben. Nun zum Rest von euch. Sind alle bereit für die Revolution? Bereits zu sterben. Es ist ein guter Tag zum Sterben. Okay, was wird da auf uns zukommen? Ich habe mir noch zu. Kamera 3, nach links in die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Was? Bleib aufs Erhang, Liebling. Na dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Was tun wir? Wer ist denn denn? Der bin ich. Ich habe keine Waffe. Wie kann ich schießen? Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Unterkampf. Okay. Also, willkommen zurück. Begrüßt eine wahre Helde. Einen der größten Namen, den wir je in der Sendung hatten. Die Geisel der Terroristen, General Aiden. Okay, wie kommen wir da hin? Ich muss es da irgendwie hinschleichen, aber... Nun, also... General... Ich frage einfach mal ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte... Jetzt sind wir sicher. Erre will ich für eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschen... Mir schalten Sie von oben aus. Ah, ja. Das wird persönlich geregelt. Für Sie, Carolina. Meine Angst. Und den Kopf. Von oben. Blezkewitsch werden Sie brennen. Ich sehe keine anständigen Menschen mehr bedrohen. Haben Sie das gehört? Na? Ja? Was ist nur ein... Was ist nur einige Scheiße? Du hast nur einige Scheiße. Ich habe sie getötet. Oh, 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 scheiße. Lady, wir haben Sie nicht drauf. Das wird doch nicht reichen. Sie sind nicht unter Wölfen. Okay, er hat auf den Kopf gezielt. Das ist unser, wir. Wo ist die Kamera live? Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika. Hört nicht auf diese verlogene Schlappe. Das Regime wird endlich kriegen, was es verdient. Ab heute. Lassen wir uns das nicht länger gefallen. Sie ist tot. Amerikaner. Amerikaner. Wo ihr auch seid. Na, du musst eher reden. Ich hätte, ich hätte, wollte der Zuversicht, wie die, wie die warmen Winde, die der General von oben herabgeschickt hat. Aber von mir erhaltet ihr keinen Trost, sondern die kalte, quälende Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dieses großartige Land vergewaltigt und geplündert wurde vom größten Feind unserer Zeit. Ihr sollt eure Freiheit eintauschen und erhaltet dagegen Sicherheit. Ihr sollt niederknien vor einer neuen Ordnung, euch dem Wandel fügen. Doch meine amerikanischen Brüder, wisst ihr, wer Wind seht, der wird auch Sturm ernten. Ihr stammt aus einem Land der Freiheit. Ihr habt gegen die alten Könige gekämpft und sie besiegt. Ihr habt euer Leben für die einfachste und reinste aller Wahrheiten gelassen. Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod. Machine Caps. In euren Adern fließt das Blut von Revolutionären. Also schwingt heute Nacht eure Pistolen, eure Messer und eure Fäuste. Findet eure Unterdrücker, wo immer sie sind und sagt ihnen, wir wollen nichts, rein gar nichts von euch. Heute Nacht zeigen wir jenen, die den Wind sehen, dass wir, dass wir der Sturm sind. Okay, dann machen wir die Credits. Wir wollen schon schnell zwei Brüche gespielt. Joa. Alles klar. Und der Quattest Song wird nur bestimmte geklämt. Ich liebe es. Ja genau, dieses Lied, das ist, äh, ist das, äh, ich muss drüber quatschen. Wurfen statt zwei, das hat das Projekt. Ich muss die Musik ersetzen oder im Futur nur quatschen. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Schönes, schönes Spiel. Der Eins war toll, der Zwei. Bitte claim mir ne Füge. Nicht claimen. In-Game Soundtrack. Joa. Der Verstands Zwei war wieder an einigen Stellen. Ja, auch ein bisschen schwer für mich. Schwierter als der Eins. Haben die Zwei für mich benötigt gesehen, den Spielstand, äh, den, Schwierigkeit runter zu, runter zu stellen, wenn ich das irgendwie noch schaffe. Gerade Arena-Kämpfe. War ein bisschen brutal für mich. Aber ja. Ja. Insgesamt doch, mal wieder. Ein Genugnes Spiel. War das okay? Spitzenklasse war jetzt super gemacht. Ich war nervös, hat man's gemerkt? Scheiße, ja. Aber passt schon. Dann mal los. Und da hat sie es gehen, äh, Regimeleute. Immer gut zum Entspannen. Ist ja der Ring noch. Willst du mich heiraten? Oh, William. Wir haben kein Ja gehört. Oh nein. Tja. Die Nazis töten auch noch im zweiten Teil. Großartig. Und der Humor dabei. Auch immer großartig. Ich hab das damals, also, Wolfenstein 2, die New Colossus. Das war der erste Teil, den ich damals, ich hab's mir auf der Switch gekauft und auf der Switch angespielt. Hab ich euch ja am Anfang gesagt. Bis zu einer bestimmten Stelle kann ich das schon nehmen. Bevor wir nach New York gekommen sind. War das, kannte ich's glaube ich schon. An dieser Stelle hab ich dann aufgehört. Als ich privat mal gespielt hab, auf der Switch. Und jetzt auf dem PC. Im Let's Play. Ja, Wolfenstein 1, Wolfenstein, The New Order. Ich muss ja ein bisschen drüber quetschen. Ich hab Angst, dass mir das geklappt wird. Wolfenstein 1, The New Order. Großartig. Der zweite Teil. Also, gerade Szenen in New York. New York. Ja. Bei der, bei der Hütte bei ihm zu Hause war auch großartig. Texas. Einige Szenen hier. New Orleans. Also. Hat schon ein paar Wolle Szenen. Die große Wattfuck-Szene war mit den Kanzlern. Kanzler. Umso zu sein. Und meinst du, wo ich mir gedacht habe, wo wir uns gedacht haben, ihr bestimmt auch. Ja, da ging die Zenturen ein bisschen zu weit. Das war dann auch irgendwie unnötig. Aber ja. Und die Charaktere ja auch wieder. Fantastisch. Ich sag noch, mach's das. Das krieg ich niemals hochgeladen. Diese, diese, diese Part mit den Credits. Das wird niemals was. Irgendwelch muss da irgendwie was anderes unterlegen. Oder Ich kann ja nicht mal, da läuft gerade ein bekannter Hop-Song drunter. Das war verändert, aber wird es zu drunter geklämt, wenn ich das, wenn das irgendwie, ich hoffe, dass drüber reden hilft irgendwie. Ja. Vielleicht werde ich im Schnitt einfach die sieben Gewölfensteine ziehen, die unterlegen. Und die sieben Melodie. Die Musik. Menü. Musik. Das geht gar nicht. Da krieg ich, da krieg ich, da krieg ich, da krieg ich einen Strike auf, auf YouTube, wenn ich das hochlade. Auf jeden Fall, Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an Wolfenstein 2 wie ich. Mindestens. Ja, habt ihr noch einen einigen Tag, haut dran. Ich bin raus, ich tue andere Musik drunter. Wir sehen uns in Wolfenstein 3 wieder. Hier, New Blood oder Young Blood, wie das hieß. Das werde ich auch noch spielen. Freue ich mich auch noch drauf. Es gibt noch eine Fortsetzung, die Fortsetzung folgt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, bis Hana o pets. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020